WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was gibt's Neues auf der Welt? Gott mei, war schön! Diesen Tag, heute! Das Lädes auf dem, der gestocht da hin! Na schau, nominiert haben sie, den Google, Conrad und die Maria. Zu was? Zu der Zillertal Challenge. Nein! Obwohl wir uns gleich zusammenrufen, wir alle! Ruf sie auch, hoi! Hallo? Na, grüß die Kette! Nein, jetzt haben sie nominiert zur Zillertal Challenge. Was? Nominiert haben sie? Na! Na! Ja, der Alex kann weg gleich! Ich sag's ihm! Ja, Alex! Gehst du, ich kann dich! Hey! Gehst du, ich kann dich nicht auswählen? Na! Gehst du! Das ist nicht so hoch. Na! Gehst du! Na! Da! Da! Na! Na! Wir sind so hoch. Das war's, das war's! Wir, die Fingberger Umbauern, möchten uns recht herzlich von Gogelhof, Gogelkandi und Maria bedanken für die Nominierung. Wir haben uns natürlich auch nicht lumpen lassen und haben uns etwas Bergs überlegt. Wir würden die Landjugend Bankratsberg, die Landjugend Hort und einen Gaststuf eigenen nominieren, ich habe sie jetzt ab jetzt zehn Tage derweil, uns auch so ein Bergs Video zu schicken. Und wenn sie es uns nicht geredet, freuen wir uns auf eine nette Runde am Gasthausland zu machen. Danke, viel Dank! Tritt, 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 tritt! Nicht, dass sie lacht oder nicht, zeig dran und in der Raum uns kann so der Ummann taht. Wir optimieren die erste Runde am Tag. Was machen wir die auch immer? Wie soll die Linger? Oh, wie war das? Entschuldigung!